Hi! Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute soll es um Tipps für den Online-Second-Hand-Einkauf gehen, beziehungsweise nicht nur für den Einkauf, sondern auch für den Verkauf. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob euch ein Video zu Tipps für Vintage- bzw. Kleiderkreise interessieren würde und die Abstimmung war ziemlich eindeutig und deswegen gibt es das Video jetzt heute. Ich benutze die Apps jetzt schon seit ca. 8 Jahren, heißt ich konnte schon einiges an Erfahrungen sammeln, wie ich einerseits meine Sachen am besten loswerde und andererseits auch, wie ich für mich dann wieder schöne Sachen in diesem riesigen, unendlichen Angebot finde. Und bevor ich jetzt aber zu den Tipps komme, möchte ich euch noch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar ist das heutige Video wieder von Blinkist gesponsort. Mit Blinkist könnt ihr ganz einfach Sachbücher in kurzen 15-Minuten-Sequenzen zusammengefasst anhören oder lesen. Es gibt tausende Titel aus 27 Kategorien, in denen ihr zum Beispiel etwas über Psychologie, persönliche Entwicklung oder Gesundheit lernen könnt. Ich finde Blinkist besonders praktisch, weil ich oft einfach total lange Leselisten habe und so viele Bücher, wie da draufstehen, schaffe ich es einfach nicht zu lesen. Und so kann ich mir einfach nebenher, wenn ich zum Beispiel am Kochen bin, das Wichtigste aus einem Buch anhören. Heute Morgen, als ich mir mein Frühstück gemacht habe, habe ich mir zum Beispiel die 1%-Methode von James Clear angehört. Und in dem Buch ging es so darum, wie man durch kleine Gewohnheiten im Alltag einfach riesige Veränderungen bewirken kann. Und da waren dann ganz viele Tipps drin, wie man die eigenen Gewohnheiten einfach verändern kann. Außerdem gibt es bei Blinkist auch Hörbücher in kompletter Länge und jetzt ganz neu auch Shortcasts, also Podcasts im Blinkist-Format, die sogar von den Originalsprechern der Podcasts eingesprochen wurden. Wenn ihr Blinkist auch mal testen möchtet, dann gibt es auf blinkist.de slash bio 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und bei diesem Abo gibt es auch eine 7-Tage-Kostenlose-Testphase, falls ihr es erstmal ausprobieren möchtet. Und den Link blinkist.de slash bio findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal mit den Tipps zum Einkaufen. Ich denke, das sind die, die mehr gefragt sind und danach kommen wir zu den Tipps zum Verkaufen. Der erste Tipp, wenn ihr Klamotten gebraucht online kaufen möchtet, ist, dass ihr mal nachschaut, ob es die aktuell noch neu in Geschäften zu kaufen gibt. Das ist vor allem bei Schuhen oft der Fall, aber auch bei anderen Kleidungsstücken kann es natürlich sein, dass es die aktuell noch gibt oder dass es vergleichbare Kleidungsstücke aktuell noch gibt. So könnt ihr einfach herausfinden, was für eine Größe ihr braucht, damit ihr am Ende keine Fehlkäufe macht und etwas dann wieder selber verkaufen müsst. Bei Schuhen ist das, wie gesagt, meistens ziemlich einfach. Bei Klamotten ist es schon ein bisschen schwieriger, weil auch die Größen oft nicht so übereinstimmen. Denn einmal hat man irgendwie XL und einmal trägt man irgendwie M. Aber dennoch kann es auf jeden Fall hilfreich sein, wenn man in den Laden der jeweiligen Marke reingeht und einfach mal ein paar Kleidungsstücke anprobiert, damit man in etwa einschätzen kann, welche Größe man dort braucht. Um aber wirklich auf Nummer sicher zu gehen, kommen wir direkt zum nächsten Tipp. Und zwar nach den genauen Maßen zu fragen. Das ist etwas, was ich jetzt auch wirklich jedes Mal mache, weil ich jetzt einfach auch schon einige Fehlkäufe hatte. Am besten ist es natürlich, wenn ihr ein Teil zu Hause habt, was euch schon richtig gut passt. Wenn ihr zum Beispiel eine Jeans habt, die richtig gut sitzt oder ein T-Shirt, das euch vom Schnitt richtig gut gefällt, dann könnt ihr da einfach die Maße nehmen. Und dann, wenn ihr ein Teil findet, was euch gefällt, dann könnt ihr nach genau den Maßen fragen, die ihr bei euren Sachen gemessen habt. Und so könnt ihr dann wirklich sicher gehen, dass euch das Teil passt. Das nächste finde ich persönlich auch immer super wichtig, auch wenn es nicht zu 100% repräsentativ ist. Und zwar nach Tragebildern fragen, falls die Personen das Kleidungsstück jetzt nur auf dem Kleiderbügel oder auf dem Bett oder so fotografiert haben. Bei manchen Teilen kann man einfach nicht so gut sehen, wie die wirklich fallen und wie die am Körper dann letztendlich aussehen. Natürlich kann man auch nicht vom Körper der Person, die das verkauft, wirklich auf den eigenen zurückschließen. Aber man kann es sich schon so ungefähr vorstellen, wie das Teil aussieht. Manche Personen schreiben in ihr Profil oder in die Beschreibung von den Artikeln auch rein, wie groß sie zum Beispiel sind. Dann könnt ihr zum Beispiel bei einem Kleid auch abschätzen, ist es jetzt zu kurz, ist es zu lang, wie wäre das bei mir in etwa. Aber das Sicherste ist, wie gesagt, einfach nach den Maßen zu fragen. Dann habe ich ein paar Nachrichten bekommen, wie ich es schaffe, so schöne Teile zu finden. Also ich mache es einfach so, dass ich nach Marken suche, die mir gefallen, beziehungsweise suche ich nach Läden, wo ich früher eingekauft habe. Ich war zum Beispiel gerne bei Bershka oder bei Pull&Bear und da ich weiß, dass mir die Klamotten von dort einfach meistens gefallen, suche ich halt gezielt nach diesen Marken oder nach Zara zum Beispiel, gucke ich auch. Sind halt alles Fast Fashion Marken, aber ich finde gebraucht ist es vollkommen egal. Und ich denke, jeder hat zumindest so ein, zwei Lieblingsmarken oder Läden, wo er oder sie gerne einkauft. Und dafür gibt es auch extra Filter, nach denen man suchen kann. So findet man dann eigentlich ganz schnell, was man sucht. Generell sind die Filter sowieso richtig praktisch. Einmal, wenn man nach der Marke sucht, man kann nach einer Farbe suchen. Auch die Kategorien sind inzwischen richtig, richtig genau. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Sommerkleid sucht, dann geht nicht einfach nur Kleid ein, sondern geht wirklich in die Kategorien und geht bis in die kleinste Unterkategorie rein. So findet ihr am ehesten das, was ihr gerade sucht. Eine Einstellung, die ich auch total praktisch finde, ist der Preis. Man kann einen Mindest- und einen Höchstpreis einstellen. So kann man auch schon eine riesige Menge an Artikeln rausfiltern, die man vielleicht sowieso nicht kaufen würde, weil sie einfach zu teuer sind. Und außerdem kann man auch nach dem Preis sortieren, sodass zum Beispiel die günstigsten Artikel als erstes angezeigt werden. Der nächste Tipp ist, auch wenn ihr einen Teil vielleicht zu teuer findet, favorisiert es erstmal. Das ist auch etwas, was ich total oft mache. Also ich favorisiere immer super viele Artikel und am Ende sortiere ich dann nochmal aus. Aber ich beobachte auch Teile über eine längere Zeit und oft ist es dann so, dass die Artikel sich halt nicht verkaufen und dass sie dann noch reduziert werden. Also auch wenn ein Teil euch vielleicht erstmal zu teuer ist, kann es sein, dass ihr es später noch günstiger bekommt. Es kann aber natürlich auch sein, dass jemand anders es in dieser Zeit für den anderen Preis kauft. Verhandeln ist bei gebrauchten Sachen natürlich auch immer ein großes Thema. Da finde ich es einfach wichtig, dass man fair verhandelt und nicht total freche Anfragen macht. Ich denke, dass man dabei freundlich ist und sich normal ausdrückt, ist eigentlich selbstverständlich. Aber auch bei den Preisvorschlägen, die man macht, sollte man einfach realistisch sein, weil sonst werden die Nachrichten wahrscheinlich einfach ignoriert. Das nächste ist mir erst vor kurzem aufgefallen und zwar sollte man auf die Schreibweise achten. Ich habe zum Beispiel nach ein paar Teilen von Armed Angels gesucht und ich habe es auseinander geschrieben. Also Armed Angels und dazwischen eine Lücke und da kamen nur richtig wenig Teile. Und wenn man es aber zusammenschreibt ohne Lücke, dann kommen einfach viel, viel mehr Artikel. Also wenn ihr nach einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Artikel sucht, dann probiert mal verschiedene Schreibweisen aus und überlegt auch, was für Schreibfehler andere eventuell machen könnten und sucht dann nach dieser Schreibweise. Wenn ihr dann einen Artikel gefunden habt, der euch gefällt, dann klickt nicht einfach direkt auf Kaufen, denn viele benutzen das Vinted-Bezahlsystem nicht und möchten das lieber irgendwie anders abwickeln oder möchten erst nochmal einfach Nachrichten schreiben und vielleicht nochmal verhandeln. Deswegen, bevor ihr einen Artikel kauft, lest immer erst die Profilbeschreibung von der Person, die diesen Artikel reingestellt hat. Und wenn die Person schreibt, sie benutzt gerne das System, dann kann man natürlich auch Kaufen drücken, aber ansonsten klickt lieber auf Anfragen und schreibt der Person persönlich. Dann noch ein kleiner Tipp, den die meisten, die schon öfters auf Vinted was gekauft haben, wahrscheinlich schon kennen, ist, stellt Pakete zusammen. Also wenn ihr schon einen Teil bei einer Person gefunden habt, dann schaut mal durch den Katalog, ob ihr vielleicht noch was anderes findet, was ihr gerade sucht, was euch gefallen könnte. Denn die allermeisten Leute haben es so eingestellt, dass es ab zwei oder mehr Artikeln Rabatte gibt. Außerdem gibt es auf Vinted auch die Tauschfunktion. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die so gut wie niemand mehr nutzt. Also früher bei Kleiderkreisel haben das noch relativ viele Leute gemacht. Ich habe es damals auch viel benutzt, aber ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr so verbreitet. Aber ihr könnt natürlich trotzdem noch danach gucken, ob ihr jemanden zum Tauschen findet. So könnt ihr nochmal Geld sparen. Wenn es dann wirklich ums Kaufen geht, dann ist für mich erstmal das Wichtigste, die Bewertung der Person zu lesen. Muss natürlich jeder auch irgendwie selber entscheiden. Ich persönlich kaufe aber nichts bei Leuten, die noch gar keine Bewertung haben. Und in der Regel kaufe ich auch nichts bei Leuten, die schlechte Bewertung haben. Ist ja auch irgendwie logisch. Ich glaube, ich habe einmal etwas bei einer Person gekauft, die schon schlechte Bewertung hatte. Und das war dann auch eine meiner wenigen schlechten Erfahrungen. Also der Artikel ist bei mir nie angekommen. Tatsächlich ist es zweimal schon passiert. Zweimal. Also bevor ihr etwas kauft, guckt auf jeden Fall auf die Bewertung. Noch ein Tipp, um nicht irgendwie betrogen zu werden, ist möglichst nicht über PayPal-Freunde oder Überweisung zu zahlen. Viele Käufer und Käuferinnen fordern das. Wenn jemand das Vinted-Kaufsystem wirklich nicht nutzen möchte, dann mache ich persönlich es so, dass ich Versicherten, Versand wähle und dann über PayPal-Käufer, also das normale Käufer-Paypal, bezahle. Also nicht über die Freunde-Funktion. Da seid ihr einfach abgesichert. Die müssen die Verfolgungsnummer dann dort eingeben. Und wenn nichts losgeschickt wird, dann bekommt ihr euer Geld halt zurück. Und über das Vinted-Bezahlsystem ist das genauso. Wenn die Verkäufer das nicht losschicken, bekommt ihr euer Geld zurück. Bei PayPal-Freunde und auch bei Überweisungen ist es ganz einfach so, wenn das Teil nie bei euch ankommt, könnt ihr nichts machen und das Geld ist weg. Dann habe ich nur noch zwei Tipps zum Bereich Kaufen. Und zwar das erste wäre, Suchen zu speichern. Bei den allermeisten Artikeln werdet ihr wahrscheinlich schon bei der normalen Suche fündig werden. Aber manchmal, wenn man nach einem ganz speziellen Teil sucht, dann ist halt doch nicht das Richtige dabei. Und dafür gibt es ganz einfach die Funktion, dass ihr eine Suche speichern könnt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Schuhen von Veja sucht, dann könnt ihr diese Suche speichern. Und wenn neue Artikel zu eurer Suche eingestellt werden, dann bekommt ihr ganz einfach eine Benachrichtigung und könnt so nichts verpassen. Und das letzte wäre, wenn ihr jemanden findet, deren Katalog euch super gut gefällt und wo ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwie einen ähnlichen Kleidungsstil, dann könnt ihr dieser Person ganz einfach folgen. Ich finde, das ist eine super praktische Funktion, vor allem wenn man schon ein paar Leute so zusammengesammelt hat. Dann muss man nicht mehr den ganzen Vinted-Katalog durchsuchen, sondern hat halt ein paar Leute, wo man weiß, die Größe passt in etwa. Vielleicht hat man bei denen schon was gekauft und der Zustand war auch super gut und alles ist gut gelaufen. Und der Kleidungsstil passt dann auch, dann kann man sich sehr viel Zeit ersparen. Und dann kommen wir jetzt zu den Tipps zum Verkaufen. Das sind auf jeden Fall weniger, das ist auch eigentlich nicht sonderlich kompliziert. Das Erste, was ich auch hier wieder wichtig finde, sind natürlich die Bewertungen. Also ich habe ja eben gesagt, kauft nur bei Leuten, die auch gute Bewertungen haben und genauso werden bei euch nur Leute kaufen, wenn ihr gute Bewertungen habt. Heißt, wenn ihr jetzt noch ein Anfänger seid und die App gerade erst runtergeladen habt, dann, so habe ich es zumindest am Anfang gemacht, kauft erstmal bei anderen Leuten ein, sodass ihr schon mal ein paar gute Bewertungen sammeln könnt. Dann ist euer Profil direkt ein bisschen vertrauenswürdiger und die Leute werden eher was bei euch kaufen. Das Wichtigste, wenn ihr Kleidung verkaufen möchtet, sind natürlich die Fotos. Erstmal finde ich es super wichtig, dass man Tragebilder macht, also Kleidung, die man einfach nur auf den Boden gelegt hat oder auf den Bügel gehangen hat, vielleicht noch total zerknittert, sieht einfach nicht sonderlich ansprechend aus. Deswegen macht euch den Aufwand, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist, als die Sachen einfach nur hinzulegen, zieht die Sachen an, sorgt dafür, dass die ordentlich sind, dass sie sauber sind, dass sie vielleicht gebügelt sind, falls sie total zerknittert waren und macht dann einfach ein paar ansprechende Fotos. Bei den Fotos finde ich es auch wichtig, dass das Licht gut ist, also viele machen bei total dunklen Glühlampen Lichtbilder, die dann total gelb sind, heißt man kann die Farbe von den Kleidungsstücken gar nicht richtig erkennen, also wenn es euch möglich ist, dann macht Fotos bei Tageslicht, am besten direkt vorne im Fenster. Natürlich sollte es auch nicht zu hell sein, also wenn bei euch jetzt voll die Sonne reinknallt, dann geht ein bisschen vom Fenster weg. Tageslicht, Kleidung anziehen und, was ich auch ganz wichtig finde, ist ein neutraler Hintergrund. Wenn man sieht, dass im Hintergrund total viel Müll rumliegt und es super unordentlich ist, dann sieht es einfach auch nicht sonderlich gepflegt aus und dann werden die Leute, die das auch sehen, denken, die Kleidung ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich gepflegt und werden es dann wahrscheinlich eher nicht kaufen. Das nächste, was fast genauso wichtig ist wie die Fotos, sind der Titel und die Beschreibung. Nehmt euch da wirklich ein paar Minuten Zeit und gebt euch ein bisschen Mühe mit der Beschreibung, das ist einfach so der erste bzw. der zweite Eindruck, den man von eurem Profil bekommt. Viele schreiben zum Beispiel in die Beschreibung einfach nur guter Zustand. Es ist aber so, genauso wie zum Beispiel bei YouTube-Videos auch, umso mehr treffende Wörter ihr im Titel und in der Beschreibung habt, umso eher werden eure Artikel gefunden werden. Werden gefunden werden. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein schwarzes, enges, kurzes Spitzenkleid habt, dann schreibt nicht einfach nur schwarzes Kleid, sondern schreibt in die Beschreibung irgendwie rein enges, kurzes Cocktailkleid mit Spitze. Also irgendwie möglichst viele Begriffe, nach denen ihr Leute suchen würden. Aber natürlich auch nur Begriffe, die wirklich dazu passen. Auch auf Vintage gibt es Clickbait. Also viele schreiben zum Beispiel einfach Vintage rein oder geben als Marke auch einfach True Vintage oder so an, weil das einfach etwas ist, wonach viele Leute suchen. Aber wenn das nicht das ist, was eurem Artikel entspricht, dann bringt euch das letztendlich nichts. Außerdem sollten in die Beschreibung natürlich auch irgendwelche Mängel, falls welche vorhanden sind. Am besten auch immer mit Foto, also wenn es irgendwie ein Loch in einem T-Shirt ist. Es kann natürlich immer auch mal passieren, dass man selber auch was übersieht. Ist mir auch schon einmal passiert. Aber versucht dort wirklich gründlich zu sein und wirklich zu gucken, was für Mängel hat das Kleidungsstück. Die angeben, fotografieren. So bekommt ihr am Ende keine schlechte Bewertung. Falls ihr ein Kleidungsstück habt, was ihr schon länger drin habt und was aber sich noch nicht verkauft habt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal, falls das Kleidungsstück schon von einigen Leuten favorisiert wurde, dann könnt ihr das Kleidungsstück ganz einfach reduzieren. Dafür geht man einfach auf Bearbeiten und passt dann den Preis an. Und alle Leute, die das Kleidungsstück favorisiert haben, bekommen dann eine Benachrichtigung, dass es favorisiert wurde, dass es reduziert wurde. Und meistens kauft es dann auch jemand. Falls das aber nicht der Fall sein sollte, also ihr könnt es natürlich noch so weit weiter reduzieren, bis ihr wirklich so eure Grenze erreicht habt. Und falls es dann immer noch niemand gekauft hat, dann könnt ihr es einfach nochmal neu hochladen. Manchmal hat man beim ersten Upload auch einfach irgendwie eine doofe Zeit erwischt, sei es eine doofe Tageszeit oder vielleicht haben gerade in dieser Woche nicht so viele Menschen nach so einem Kleidungsstück gesucht. Und so drei, vier Wochen später kann das aber auch schon wieder komplett anders aussehen. Deswegen ladet das Kleidungsstück einfach noch einmal neu hoch, dann wird es auch gleich weiter oben angezeigt. Und wenn Leute zum Beispiel nur nach den neuesten Teilen suchen, dann seid ihr auch wieder ganz oben auf der Liste. Und das letzte ist ein Tipp sowohl zum Kaufen als auch zum Verkaufen und natürlich zum Thema Nachhaltigkeit. Und zwar bewahrt Versandverpackungen auf. Wenn man Kleidungsstücke überwintet, kauft und verkauft, dann sammelt sich das schon einiges an Versandtaschen und kleinen Kartons an. Und auch wenn ich jetzt in der nächsten Zeit vielleicht selber nichts zu verkaufen habe, dann versuche ich immer die Versandtaschen aufzubewahren, weil die Zeit, in der ich mal wieder was verkaufe, wird auf jeden Fall kommen. Und gerade so Versandkartons, wenn man die jetzt neu kauft, sind auch nicht unbedingt günstig. Deswegen kann man da auch direkt noch einmal Geld sparen und nachhaltiger ist es natürlich auch. Und das waren alle meine Tipps zum Thema Secondhand-Kleidung online kaufen und verkaufen. Falls ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt die mal gerne unten in die Kommentare oder falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen. Da ich weiß, dass die Frage kommen wird, werde ich auch mein Vintage-Profil auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Jetzt gerade ist wahrscheinlich nichts drauf. Vielleicht ein, zwei Teile habe ich glaube ich noch reingestellt. Aber ich sortiere ja auch relativ regelmäßig aus, deswegen kommt auch immer mal wieder was. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch dieses Video weitergeholfen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!